Bei uns auch so. Wir Scherer sind immer ein bisschen die, die immer motzen. Ja, das ist ja nicht schlecht, sage ich mal. Schlussendlich kommen sie dann doch wieder angekrochen. Ja, aber das tut ihnen vielleicht eher ein bisschen weh jetzt, aber... Der ist auch erst sieben. Das ist gut. Ja, der fährt ihn ja so super. Der fährt nicht so wichtig. Hat ihn dauernd am Bahnhof. Das war dann wirklich gut. Ja, die Miesi fährt auch gut. Ja, die hat ein sehr hohes Grundtempo.